So liebe Freizeitparkfreaks, wir sind für euch heute im Moviepack Germany! Hurra, ich bin im Film! Ja! Und wie gesagt, es gibt ja immer noch im Endeffekt hier Looney Tunes 4D. Ja, endlich hat es ja wieder auf und die Stun Show hat auf. Die Stun Show werde ich für euch heute einmal filmen. Wetter ist geil, ein bisschen durchwachsen, wenn es ein bisschen regnet. Ja Gott, wir werden uns jetzt erstmal im Kaffee, neckern Kaffee holen. Ja, definitiv bewerbt euch heute noch über die Webseite www.freizeitpark-freaks.de und bucht ein Fantreffen. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich werde jetzt mal gucken, ob meine Kamera länger als 5 Minuten aufnehmen kann, weil es lag ja wirklich definitiv an der Speicherkarte. Ja, der Dominik spielt hier gerade noch mit seiner neuen Insta 360 Grad. Mit Glas, mit Glas. Sehr toll für die Parks, verkratzt auch nicht. Und ja, unsere lieben Schausteller wie die Merle Monroe sind vor uns und die lieben uns. Und ja, so ein bisschen Impressionen. Oh, hier haben sie Glas rum gemacht. Schon mal sehr geil. Hollywood-Holourard. Sieht auch schön aus mit den Blumenkästen. Richtig gut. Die Mülleimer sind neu. Die Mülleimer kommt doch bitte einmal hier herren vor. Ja, Mr. Estea. Ah, dann legt man vor. Das ist ein Wunderschön. Morgen schön, dass sie es aufgeschafft haben. Als wenn sie es geahnt hätten. Sehr gut. Mr. Estea. Mr. Estea. Ah, Mr. Estea. Wir haben einen wunderschön von Frauen. Wir haben ein Master Wund. Sie müssen bitte einmal ein Sprechschirm konzentrieren. Und eine Person, aber schon noch die Liste für Mr. Wund. Das war es auch schon so. Miss Mulipark. Miss Mulipark. Miss Mulipark. Einzig ein bisschen, Mr. Wund. Los, lass uns los. Laufen Sie, laufen Sie. Halt, nimmts mal genau ein bisschen mehr schon mal hier in die Stellen. Mr. Wund. Ein bisschen. Bitte einmal die Liste zur Seite. So, ich würde sagen, wir sind hier vorne mit Mr. Lutz in Position. Und... Hatschel! So, ich würde sagen, wir sind hier vorne mit Mr. Lutz. Und bitte jetzt, wo du das bitte bei der Meier aufstehen, wir sind hier wieder hinter vorne! Danke! So, bitte genauso verbleiben! Sie dürfen gerne ein bisschen entspringen und durchatmen, das grünen Sie noch. Also, so. Ja, ja, darf ich den nicht wieder einmal sagen. Danke! Ist es mir auch ein Freund zu verküren, was wir noch hier zu tun haben heute? Mr. Und wenn wir in den nächsten zwölf Polisten schauen können, genau, und zwar dort vorne. Nichts versehen, am besten in der amerikanischen Flange. Dann sehen wir uns hier wieder um 30.30 Uhr für die Andrews Sisters. Wir haben uns auch schon klar vorbereitet, das ist natürlich nicht alles, aber wir wollen selbst nicht unbedingt überfordern, das hat der Programm nicht für ihn ausgebreitet. Am Spanu, wir sind hier unterwegs. Und Mr. Und? Ich würde sagen, wenn die Herrschaften noch mal in Posen gehen würden, das findet sich für einen Abschluss gegen sehr schön an. Mr. Und, sie dürfen auch oft mit. So, ansonsten bleibt mir auch noch zu sagen, wie immer noch einen schönen Tag, auch bei dem wechselhaften Wetter. Hier rüber. Wir haben meinen Settel. Ich will kleinlich sein. So, dann würde ich sagen, Die Damen, die Herren, noch einmal in Pose werfen und wegschönen. Ich würde sagen, was uns hier erst einmal genau, sie dürfen hier wieder ein bisschen unterpiegeln. Wundervoll. Sie dürfen auch gerne mich unterpiegeln. Ich weiß, sie hören mich gerne, aber so ausnahmsweise. Kann man mich auch noch hören? Ja, man kann sie auch noch hören. Ach, danke. Sind vertreten auf Facebook, Instagram und Twitch.